Sie kennen uns von Süflum, aber die ich nicht kenne, wer seid ihr? Also der Vizepräsident von Süflivenz, das ist ein Verein von Süflum. Und in diesem Verein spiele ich auch die Batterie. Und es ist also ein Musikverein, wie wir verschiedene Konzerte machen. Und ich sehe hier zum Beispiel ein großes Konzert an dem Wurrent in Süflum, zwei Tage lang. Einer ist uns total verkauft. Ja, das haben Sie. Und gibt es noch ein paar Plätze für Sonntag? Ja, ein paar. Also werden wir probieren. Und es ist für den? Für den Jonny. Genau. Tribute zu Jonny Halliday. Ihr werdet uns davon alle sagen und natürlich keine Angst, wenn ihr am Sonntag schon eine besendet. Sie werden es noch spielen. Navesdrohengrad in Reschwur, in der Mock, am 10. November und am 7. in Wissenburg. Da sagen wir alle seit dem Morgen mit unserem Gast. Er ist mit uns in drei Minuten noch zu sein. Ohne Raffer und sagen, was so viele Events anbelangt. Franz Bleu. Franz Bleu. Hilsaus. 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 Facebook? Ja, können wir uns finden. Also Souffle, so wie Soufflenheim? Ja. Und alles für den ÖÖ und noch Events, so wie Eventen für Anglisch. Ja, und zwischen den Soufflen und den Events eine Apostrophe. Ja, Souffle-Events, ich stehe bei uns zu Franz Buellsers mit Thomas. Er wird uns von dem Konzert reden, Tribute to Johnny Hallyday an dem Wochenende. Samstag ist schon alles verkauft, aber am Sonntag gibt es noch ein paar Plätze. Und André dort werden wir in zwei Minuten, in unserem nächsten Rendez-Vous mit unserem Riffreint für Franz 3 Alsace mit 9h50 Uhr. Wir sehen uns Nicolas Fischer. Franz Bleu. Franz Bleu, Ilsas. Franz Bleu, Ilsas. Franz Bleu, Ilsas. Franz Bleu, Ilsas. Franz Bleu. Franz Bleu, Ilsas. Sous-titrage MFP. Markчик Stint aspects Franz Bleu, Franz Helmut Andreas Hally Es gibt diese Frage, die ich mit ihr. Nikola Fischer auf franzbleuelsos.fr zu sehen und mir die Emsen. Eine klische, die franzbleuelsos auf die Television ist. Hallo Hervé, hallo Hervé. Hallo Hervé, hallo Hervé. Es scheint, dass ihr heute allummet der Feuer, ich glaube. Ah, ja, das ist mir ein sehr. Aber in Ordnung, in Ordnung, es muss nicht spielen. Wir werden mit der Musik spielen. Und natürlich, ihr habt ihr mit Johnny Hallyde. Er hat einen Konzert in Soufflenheim, in Souffloum. Und dort ist er mit dem Telefon mit Thomas Appenzeller. Bonjour Thomas. Bonjour Jonathan. Thomas, Tribute zu Johnny Hallyde, wo ist denn das? Also, das ist ein Hommage, im Johnny Hallyde, mit 9 Musikhans und 5 Singern. Und ihr ist ein Vizepräsident vom Verein Souffle-Events. Das ist ein Verein, wo die Musik spielt. Und ihr macht immer so einen Konzert. Vier Tage lang und immer etwas anderes. Zum Beispiel, ihr habt Balavoine gemacht, ihr habt Michel Berge gemacht. Und dieses Jahr, ich freue mich gar nicht, warum Johnny. Es ist ganz natürlich, gell? Ja, es ist natürlich, aber wir können es immer wieder machen. Nicht nur weil das passiert ist. Weil er jetzt gestorben ist. Nicht nur weil das. Auch weil wir gerne hören. Und weil seine Musik geht uns ganz gut. Also, wenn man zum Beispiel kommt, es ist an dem Samstag und Sonntag am Samstag schon alles ausverkauft. Ja. Für die, die noch Chance wollen, wenn sie am Sonntag kommen, das ist im Seram von Süfflum. Welche Zeit? Also, am Samstag ist es am 20.30 Uhr, und am Sonntag ist es am 16.30 Uhr. Also, um halb 15.00 Uhr im Seram. Und da gibt es noch ein paar Plätze, wenn man kommen will. Kann man direkt im Seram gehen, oder muss man reservieren? Es ist besser zu reservieren, ja. Das ist sicher. Und wie kann man das morgen? Also, ihr könnt uns schreiben an soufflivens-outlook.fr oder uns anrufen am 0636-910425. Und an dem Uwe, wie nach Junioridee, welche Liedler spielen ihr zum Beispiel? Oli, wir kennen. Oli? Das heisst, Alim Lefeu, wie ihr es gerade gesagt habt. Ja, L'Envie, Ma Gueule. Oli, was wir kennen. Also, da kann man Oli mitsingen. Ihr werdet einen wollen, nur wer die heissere wäre. Ich singe nicht. Ich singe nicht. Ah, singe nicht? Ihr spielt ein paar drei, glaube ich. Ja, das ist es. Aber da muss man einen weinen, eine gute Stimme haben, nur wer die, was wir es bockt. Und natürlich können Oli mitsingen mit diesem schönen Konzert. Und ich habe gehört, es gibt noch andere da, wenn jede Liede etwas haben. Zum Beispiel sind Herbgützteile an dem Wochenende. Wenn sie am Sonne nicht kommen können, spielen sie noch in Reschvor, glaube ich? Ja, im November. In Reschvor am 10. November und am 17. November. Also, am 17. November. In der Neffe von Reschvor ist es in der Mock am 10. November. Also, gibt es genug da, du mal fach den Joni singen, mit so vielen Events, Tribute zu Joni Halliday, fünf Sänger und ne Musikanten auf der Bühne. Das wird ein wunderbarer Show geben, wenn er nicht verablen wäre. Zwölf Euro, gell, für mitmachen. Und kostenlos für die Jungen, gell? Ja, wenn wir, wenn wir, wir sehen uns. Also, wir sehen uns. Also, wir sehen uns. Hervé, si vous connaissez encore bien, par coeur, je le sais, les chansons de Joni Halliday, il faudra venir soutenir Souffle Events avec Tribute zu Joni Halliday à Soufflenheim, donc au Seram, ce samedi et dimanche. Donc samedi, c'est déjà complet, mais dimanche, il reste encore quelques places. Merci Jonathan, on va essayer de ressortir les perfectos pour la soirée. Et on rappelle, pour ceux qui voudraient écouter Jonathan, que ça se passe sur francebleuelsos.fr Merci Thomas, noch zu uns gekommen sind. Je vous remercie. Wir hoffen, viel Erfolg, voran dem Wurrent. Und natürlich, wie gesagt, alle Dömer werden wir wieder auf francebleuelsos.fr finden können. In ein paar Minuten finden wir auch den Pierre parcours nach den 10en, nach den Norristen, aber zuerst, Willemar, ist nach 7, vergesse es nicht. Und francebleuelsos